Bürger Harz 2023. Bürgergeld-Mogelpackung im Gewand des Harz IV oder wirklich was Neues? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Großes Tamtam um das Bürgergeld, welches zum 1. Januar 2023 kommen soll oder vielleicht sogar kommen wird. Neue Regelsätze, 52 Euro mehr ab 2023, so der Bundesminister für Arbeit und Soziales und vieles mehr. Alles Neu oder doch nur Aufgewärmtes, um den unliebsamen Anstrich des Harz IV loszuwerden. Die SPD hat es versucht mit dem neuen Bürgergeld. Wird sie jämmerlich scheitern? Schon jetzt laufen Sozialverbände Sturm gegen die Höhe des Bürgergeldes. Bei der Anpassung der Regelleistungen wurde lediglich der Inflationsausgleich berücksichtigt und das erst ab 2023. Die Kosten sind aber schon seit Längerem extrem gestiegen. Also wir reden hier von 10% Inflation, die wir jetzt aktuell zurzeit haben. Qualitativ bewegen sich die Änderungen nur auf dem Niveau der Kostensteigerung. Das heißt also, wenn wir einen Regelsatz hatten von 449 Euro oder haben 2022 und wir gehen jetzt 2023 auf einen Regelsatz von 502 Euro hoch, dann bedeutet das letzten Endes, dass es nur ein Ausgleich ist von der Inflation, die die Menschen dieses Jahr erleiden. Das heißt also rund 52 Euro mehr. Ich sage 10% sind 49. Da war der Bundesminister für Arbeiten Soziales vielleicht sogar noch etwas großzügiger mit 3 Euro mehr. Mit Respekt und mehr Zusammenhalt, wie der Bundesminister Hubertus Heil hier das versucht, in der Öffentlichkeit zu verkaufen, haben diese Änderungen aus meiner Sicht wirklich nichts mehr zu tun. Was notwendig ist, dazu liegen Vorschläge wirklich massenhaft auf dem Tisch, Regelleistungen auf 378 Euro erhöhen oder zumindest um weitere 50 Euro, damit man wirklich auch etwas in der Tasche hat. Die Abschaffung der Zwangsverrentung aus dem Hartz IV im neuen Bürgergeld aus dem Referentenentwurf zum Bürgergeldgesetz wurde im überarbeiteten Regierungsentwurf zum Bürgergeldgesetz still und heimlich wieder gelöscht oder abgeschafft. Ja, also im Referentenentwurf war vorgesehen, dass die Zwangsverrentung generell ab 2023 bei vorgezogenen Altersrenten abgeschafft werden sollte. Jetzt gibt es quasi eine Dreijahresfrist, das heißt also vom 01.01.2023 bis 31.12.2026 wird die Zwangsverrentung ausgesetzt. Und danach gilt wieder die alte Rechtslage, je nachdem, was dann neu darüber entschieden wird. Wer gedacht hat, dass das Bürgergeld im Gewande eines völlig neuen Gesetzes unter Abschaffung von SGB II oder SGB XII geregelt wird, der täuscht sich wirklich gewaltig. Im Grundsatz ändern sich im Jahr 2023, wenn man sich das mal genau anguckt, nur einige Regelungen im SGB II und SGB XII. Das Bürgergeld wird im SGB II verarbeitet. Es bleibt im Grundsatz vieles so, wie es ist. Echte, wirkliche Verbesserungen gibt es wirklich nur an wenigen Stellen. Aus dem Hartz IV wurde nichts anderes als das Bürger Hartz IV. Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.